Horoskop für heute, vage, 6. September 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Angesichts der heutigen Mars-Pluto-Herausforderung kann es ein Zwang sein, zu Hause und bei der Familie zu bleiben, was Sie jedoch daran hindern kann, zu wachsen und zu gedeihen. Überlegen Sie sich also, Ihre Zeit aufzuteilen. Ziehen Sie sich aus Bereichen zurück, an denen Sie sich übermäßig gebunden oder gestresst fühlen. Es ist wichtig, dass Sie nicht von Dingen besessen sind, die Sie nicht ändern können, da Sie ein neues Blatt aufschlagen. Dieser Transit kann Wünsche durcheinander bringen und es schwierig machen, sich zu entspannen. Der Druck, Dinge zu erledigen, kann Sie vorübergehend überwältigen. Achten Sie heute auf Extravagons und darauf, dass Sie möglicherweise zu früh über eine Angelegenheit sprechen und Sie werden es mehr genießen. Mars bewegt sich heute in einen neuen Sektor Ihres Sonnenhoroskops, wo er bis zum 3. November transitieren wird. Dies ist einer der ehrgeizigeren Transite. Er neigt Sie auch dazu, die Dinge nach Ihren Vorstellungen laufen zu lassen. Dieser Mars-Transit kann neue Energie und Motivation in Ihr Berufsleben bringen. Es liegt eine bizarre und verwirrende Energie vor uns. Das liegt daran, dass der mächtige Mars, der rote Planet des Sex, des Triebs und der Leidenschaft, heftig mit der Energie des ätherischen Neptuns, des Planeten der Täuschung, am Himmel kollidiert. Diese Energie war gestern besonders ausgeprägt, wird aber auch heute noch anhalten. Misstrauen, Betrug, Lügen und Skandale könnten an jeder Ecke lauern. Sie könnten sich sogar besonders schwach, unsicher oder entmutigt fühlen. Wenn Sie sich irgendetwas zuschulden kommen lassen haben, könnte es Sie jetzt ziemlich stark heimsuchen. Geben Sie Ihr Bestes, um nicht in diese negativen Schwingungen zu versinken, während Sie auf bessere Tage hoffen. Wie möchten Sie gesehen werden? Denken Sie darüber nach, wie Sie in den kommenden Wochen wahrgenommen werden könnten, wenn Mars in den Krebs eintritt, seinen Fall. Die Marsenergie könnte in eine von zwei Richtungen gehen. Sie könnten als handlungsorientiert, leidenschaftlich und entschlossen angesehen werden. Kollegen könnten Sie als jemanden betrachten, der alles bewältigen kann. Mars im Krebs kann Sie jedoch auch temperamentvoll, gereizt und übermäßig ehrgeizig erscheinen lassen. Egal was passiert, Sie können es nicht jedem recht machen. Versuchen Sie, sich darauf zu konzentrieren, in Ihrer Karriere voranzukommen, anstatt darauf, wie Ihre Kollegen Sie während dieses Transits sehen könnten. Wenn Sie Ihre eigene Gesundheitspraxis im Griff haben, ist es einfacher, mit den alltäglichen Hindernissen umzugehen. Aber allzu oft lassen wir zu, dass die Hindernisse unsere Gesundheitspraxis bestimmen. Wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, die Dinge in den richtigen Momenten zu sehen, die gibt es. Disziplin in Ihrer Routine ist der beste Weg, um die Verwirrung zu überwinden, die sich einstellt, wenn es hart auf hart kommt. Wenn alles andere fehlschlägt, wirkt ein heißes Bartwunder für Körper und Geist. Die heutigen Schwingungen werden Sie emotional machen. Sie müssen wahrscheinlich auf Zehenspitzen stehen. Beruflich müssen Sie Ihre engen Beziehungen diskutieren, hinterfragen und festigen, denn wenn Sie das nicht tun, entstehen Spannungen. Dies ist nicht der Tag, um im Rampenlicht zu stehen, sondern eher, um im Hintergrund zu bleiben und zu versuchen, Harmonie zu finden. Emotional werden Sie einige Höhen und Tiefen durchmachen, aber Ihre Beziehungen werden freier sein, ohne dass Sie etwas dafür tun müssen. Die Zeit vor der Rückkehr des Mondes in die Waage morgen ist jeden Monat eine wichtige Zeit, um im Einklang zu bleiben, ohne zu viel nachzudenken. Obwohl dies ein routinemässiger monatlicher Besuch ist, gewinnt er an Bedeutung, da es der einzige Besuch des Mondes ist, während Venus in der Waage steht, und der letzte, bevor er Anfang nächsten Monats als bedeckungsbringender Neumond zurückkehrt. Dies bietet eine wertvolle Gelegenheit, Ihre Emotionen und Instinkte in Einklang zu bringen und Ihnen zu helfen, die Dinge ins rechte Licht zu rücken. Obwohl es mitten in der Woche ist, ist es wichtig, den letzten Tag des Mars in einem abenteuerlichen Bereich Ihres Horoskops zu begrüßen. Während Mars seinen letzten vollen Tag in einem abenteuerlichen Teil Ihres Horoskops erreicht, gewöhnen Sie sich immer noch an Plutosweggang aus Ihrem romantischen Sektor vor zwei Tagen. Dadurch bleibt Ihr romantischer Sektor zwar leer, bis Pluto im November zurückkehrt, aber er hat genug Zeit in Harmonie mit Mars und Jupiter in einem abenteuerlichen Teil Ihres Horoskops verbracht, um den Geist der Romantik und des Abenteuers in sicheren Händen zu lassen. Täglicher Planetenüberblick Der Alltag fühlt sich ansprechender an als je zuvor, als hätte sich das Universum nur für Sie eingerichtet und alles fließt reibungslos. Es ist einer dieser seltenen Momente, in denen alles passt und es sich anfühlt, als würde die Welt im Einklang mit Ihrer Energie arbeiten. Sie verbinden sich mühelos mit jedem, den Sie treffen, und es ist ein unbestreitbares Gefühl des Wohlwollens um Sie herum. Haben Sie jemals einen dieser magischen Tage erlebt, an denen alles einfach nach Ihren Vorstellungen zu laufen scheint und sich selbst die einfachsten Interaktionen bedeutungsvoll und positiv anfühlen? Heute ist einer dieser Tage und Sie befinden sich in der perfekten Position, um dieses Leuchten der Positivität und Unterstützung aufzusaugen. Nutzen Sie diese aufbauende Energie, indem Sie allen Stress und alle Sorgen loslassen, die Sie belasten könnten. Stellen Sie sich vor, Sie atmen tief durch, spüren, wie die Anspannung von Ihren Schultern abfällt und wissen tief in Ihrem Inneren, dass alles so läuft, wie es soll. Indem Sie die positiven Dinge um sich herum annehmen, können Sie mehr Frieden und Ruhe in Ihr Leben bringen. Dies ist Ihre Chance, neue Kraft zu tanken und sich neu auszurichten, eine Gelegenheit, Ihr Gleichgewicht zu kultivieren und sich auf die spannende Reise vorzubereiten, die vor Ihnen liegt. Natürlich läuft es im Leben nicht immer glatt und Sie stehen vielleicht vor Hindernissen oder haben das Gefühl, dass Sie langsamer vorankommen als erwartet. Aber lassen Sie sich nicht entmutigen. Manchmal ist der Weg zum Erfolg kein gerader Weg. Haben Sie sich schon einmal auf eine Reise begeben und festgestellt, dass Sie einen Umweg machen mussten, aber am Ende führte der neue Weg zu etwas noch Besserem? Dies könnte einer dieser Momente sein. Wenn die Dinge schwierig erscheinen, sammeln Sie Ihre Kräfte und behalten Sie Ihre Träume fest im Auge. Seien Sie offen dafür, Ihre Pläne bei Bedarf anzupassen und denken Sie daran, dass Flexibilität oft zu überraschenden Belohnungen führen kann. Glauben Sie an sich selbst nichts kann Ihnen wirklich im Weg stehen, wenn Sie konzentriert und entschlossen bleiben. Im sozialen Bereich erhalten Sie viel Aufmerksamkeit von anderen. Haben Sie bemerkt, wie die kollektive Energie, die Sie in einem Team empfinden, die Stimmung alle heben und ein Gefühl des gemeinsamen Erfolgs vermitteln kann? Heute fühlen Sie sich am wohlsten, wenn Sie mit anderen zusammenarbeiten, egal ob Sie an einem Projekt zusammenarbeiten, neue Ideen entwickeln oder einfach die positive Energie Ihrer Mitmenschen genießen. Ihre Präsenz ist im Moment magnetisch und die Menschen fühlen sich von Ihrer Begeisterung angezogen. Haben Sie Freunde, die immer neue Abenteuer vorschlagen oder Sie ermutigen, etwas außerhalb Ihrer üblichen Routine auszuprobieren? Dies ist der perfekte Tag, um, ja, zu Ihren Ideen zu sagen. Lassen Sie sich von Ihrer Neugier leiten und ergreifen Sie die Möglichkeiten, die sich Ihnen bieten, mit offenem Herzen. Denken Sie jedoch daran, sich zurückzuhalten. Es ist leicht, sich von der Aufregung mitreißen zu lassen, aber Sie möchten sich nicht überlasten oder dabei Ihr Wohlbefinden gefährden. Gleichgewicht ist der Schlüssel, insbesondere wenn Mars in den Krebs übergeht, eine Stellung, die Durchsetzungsvermögen und direktes Handeln etwas schwieriger erscheinen lassen könnte. Mit Mars im Krebs fällt es Ihnen möglicherweise schwerer, mutige Schritte zu unternehmen oder mit Konfrontationen umzugehen, insbesondere wenn Ihre Emotionen hochkochen. Hatten Sie in bestimmten Situationen schon einmal das Gefühl, auf Eierschalen zu laufen und nicht zu wissen, wie Sie mit Ihren Gefühlen umgehen sollen? Dieser Transit könnte ähnliche Emotionen hervorrufen, aber es ist wichtig, daran zu denken, dass Mars im Krebs immer noch zu Ihren Gunsten wirken kann, insbesondere wenn Sie mit Ihrer Intuition und Empathie die Führung übernehmen. Wenn es um Beziehungen geht, sind Sie in einer hervorragenden Position, um frühere Meinungsverschiedenheiten mit Ihren Lieben beizulegen. Ihre selbstbewusste und mitfühlende Art erleichtert die Lösung aller noch offenen Probleme und Sie werden wahrscheinlich mit dem Ergebnis zufrieden sein. Präventive Maßnahmen zur Gewährleistung der Harmonie tragen wesentlich dazu bei, Missverständnissen vorzubeugen. Tatsächlich scheint derzeit alles in Ihrem Leben, ob beruflich oder privat, leichter zu fließen. Gespräche sind befriedigend, Aufgaben werden mühelos erledigt und Ihre Energie scheint im Einklang mit der Welt um Sie herum zu sein. Sie erbringen Höchstleistungen und dies ist ein seltener Moment, in dem alles mit minimalem Aufwand an seinen Platz zu fallen scheint. Also, genießen Sie es! Selten sind wir in einer so guten Position, um solche günstigen Bedingungen voll auszunutzen. Gönnen Sie sich diese Zeit und wissen Sie, dass Sie am perfekten Ort sind, um alle Möglichkeiten, die sich Ihnen bieten, optimal zu nutzen. Ob in Ihrer Karriere, Ihren Beziehungen oder Ihren persönlichen Zielen, das Universum unterstützt Sie auf Ihrem Weg. Halten Sie Ihr Herz offen, Ihren Geist klar und Ihren Geist positiv und Sie werden weiterhin erfolgreich sein.